Hallo, ich bin der Roger. Und ich bin der Gere. Und heute erklären wir euch noch ein Produkt von Kemptos, nennt sich Care Wipes. Also Care Wipes, hier in dieses Tum, groß vor euch gerufen und das bedeutet, dass der Dreck, das sich an der Oberfläche findet, hier mit diesem Tuch entwickelt wird und das bedeutet, dass es nicht kratzt. Ein super Produkt von Kemptos und der Gil hier wird noch ein bisschen mehr über Care Wipes erklären jetzt. Ja, wir gehen rüber zu unseren 32er Fort, nehmen unseren Care Wipe, die ist natürlich absolut geeignet, um einen schönen Oberfläche wieder zu bekommen, mit unserem Acry Shield. Und Care Wipes hat sogar eine kleine Lupe, dass wir das nicht auf den Boden fallen lassen könnten. Schau mal da. Cool. Ich sprühe meinen Acry Shield drauf, poliere und da haben wir wieder unsere Top-Oberfläche. Auf einem komplett nassen Auto könnten wir es sogar mit abledern. Und der Care Wipe könnte man zu jeder Zeit wieder in der Waschmaschine werfen. Also hat die Frau oder Schätzchen nichts dagegen, wenn ich das mit dunkler Wäsche in die Waschmaschine reinschmeiße? Wird funktionieren. Funktioniert. Care Wipes von Kemptos.